Am vierten Spieltag der Bundesliga-Saison 2018-19 empfängt der FC Augsburg den SV Werder Bremen. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel im TV-Livestream und Live-DK verfolgen könnt. Außerdem spielen am Samstag Nachmittag unter anderem die TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund und Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Bundesliga heute live FC Augsburg gegen Werder Bremen im Livestream TV sehen das Duell zwischen dem FCA und dem SVW wird um 15.30 Uhr in Augsburg angepfiffen. In Deutschland wird das Match nicht im Free-TV gezeigt, stattdessen hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte gesichert. Sky überträgt das Spiel ab 15.15 Uhr. Sky-Kunden können das Spiel auch im Internet im Livestream auf Sky Go sehen. Kommentiert wird die Partie von Toni Tormick. FC Augsburg gegen Werder Bremen Bundesliga im Live-DK sehen wir die Partie weder im TV noch im Livestream sehen will, kann sie auf Spox im Live-DK verfolgen. Spox bietet zu jedem Bundesliga-Spiel einen Live-DK an, hier geht's zum Live-DK von Augsburg gegen Bremen. FC Augsburg gegen Werder Bremen In Deutschland hat sich die Highlight-Rechte für die Bundesliga gesichert. Rund 40 Minuten nach dem Abpfiff könnt ihr die Highlights der Partie auf DAZN sehen. Sichert euch jetzt den kostenlosen Probemonat für DAZN. Bundesliga Spieltag Partien Ergebnisse Spielplan Am Freitag haben der VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf den Bundesliga-Spieltag eröffnet, wobei Sieler das 0 zu 0 für den VfB sicherte. Das sind die anderen Partien des Spieltags. Tag Spiel Samstag Nürnberg Hannover Samstag Hertha Gladbach Samstag Hoffenheim Dortmund Samstag Augsburg Bremen Samstag Wolfsburg Freiburg Samstag Schalke Bayern Sonntag Leverkusen Mainz Sonntag Frankfurt Leipzig Werbung Werbung Werbung